Hey Leute, schaut mal, das ist Bötzi, der alte Berggeist. Ich hab ihn vor 20 Jahren ganz tief in einem Schach getroffen. Und ab und zu kann ich ihn überreden, mal aus seinem Berg rauszukommen. Es ist immer so hell hier draußen, Ranzi. Apalapap, Berggeister müssen hin und wieder auch mal an die frische Luft. Schau mal, Bötzi, die ganzen Leute. Aber was wollen die denn alle hier? Die wollen durch die Miene saugen. Oh nein, Ranzi, ich will meine Ruhe. Oh nein. Musik 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.